Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zu City Transport Simulator Dram. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute war das Rail Festival von Publisher Duff Day Games, also dem Publisher von CTS Dram. Und da gab es ein paar kleine Neuigkeiten und es gab auch in den letzten Wochen allgemein wieder viele neue Screenshots, viele neue Infos und die möchte ich aber nochmal in diesem Video zusammenfassen. Deshalb ganz viel Spaß bei diesem Video. Als erstes müssen wir natürlich über die neue Stadt Regiotram, kurz SRT, sprechen, denn die kommt in den City Transport Simulator Dram. Sehr langer Name. Ja, was können wir darüber sagen? Es ist von Stern und Havel in Oberösterreich in Gmunden die Straßenbahn. Da bin ich oft, die sehe ich oft. Es ist echt cool, dass die jetzt so reinkommt. Und ich hätte nicht erraten, ihr habt viel in den Kommentaren, viel in die Kommentare geschrieben, viele Vorschläge. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es eh das Modell ist, aber sie haben es halt anders bezeichnet. Ist auf jeden Fall cool. Eine neue Straßenbahn, endlich mal was Neues. Und ja, da können wir uns echt freuen. Es gibt neues Videomaterial, es gibt neues Bildmaterial und das ist wirklich, allein mit dem Spiel zusammen, es sieht einfach nur grandios aus. Das ist wirklich sehr schön. Und das Coole ist, wir bekommen es einfach schon dieses Jahr. Es steht, also es wurde ja im Januar schon angekündigt, dass das Ganze Ende des Jahres, gegen Ende des Jahres releasen soll. Da wurde aber leider nichts, kann ich gleich mal spoilern, erwähnt auf diesem Publisher Festival. Sie haben halt die Straßenbahnen aufgezählt, sie haben das auch ein bisschen zusammengefasst, was bis jetzt alles bekannt ist und so. Es wurde aber dann nur gesagt, dass es drei Straßenbahnen gibt. Jetzt finde ich es interessant, ich zeige euch da gerade mal Gameplay. Vom letzten Ding, also vom Teaser-Trailer schon im Jänner, sieht man eigentlich kurz fünf Sekunden Material von einer Flexity. Die, eigentlich sieht man die auch, also ich bin mir nicht sicher, aber am Cover glaube ich, dass es sie ist. Also man sieht sie immer öfters, aber sie wurde noch nie wirklich richtig gezeigt. Die SRT, die neue Straßenbahn, haben sie begründet, dass die noch nie wirklich so erwähnt wurde. Man hat sie deutlich schon gesehen, das war mein Thumbnail auch vom letzten Video. Das Repin war einfach noch nicht fertig, deshalb hat man einfach einen Prototypen genommen. Also so ein Ding halt, dieses für Tramau, diese klassischen Repins, die es eh auch für jede Straßenbahn gibt. Das Repin war schon fertig und noch nicht das von Stern und Hafer. Deshalb hat man da auch noch nicht mehr dazu gesagt, einfach mal nur gezeigt. Jetzt ist ihm das bekannt, aber die Flexity noch nicht. Und eigentlich war ja das, das, diese Tram von Tramsim. Ich hoffe halt, dass die auch kommt und ja, das wäre sehr cool. Das wäre halt meine Sache, was mir so aufgefallen wäre. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Also auf dem Event wurde erwähnt, dass jede Straßenbahn von Grund auf neu gebaut wurde. Von Texturen, ihr seht es da gleich auch gerade ein paar Screenshots, vom Development stand, wie die Schriftdaten entwickelt haben, den Bordcomputer, also das IBIS, von den Straßenbahnen, das Informationssystem, alles so toll optimiert auf Performance und natürlich auch auf Nachbau und auch Schönheit. Es sieht wirklich alles grandios aus. Irgendwie, man merkt es gar nicht auf den Screenshots. Erst wenn man sich da einen Text durchliest und sie haben es da auch nochmal erwähnt, weil es ist halt wirklich von neu auf, es ist nicht Tramsim, es ist wirklich ein neues Projekt. Sie haben komplett neu angefangen, weil eben Tramsim große Performance-Probleme hatte. Oft hier und da haben wir noch so, gerade mit dem Bordcomputer, lang gedauert hat und so, dass so lange will ich sehr schnell gehen. Eigene Schriftdaten, eigenes System, wirklich Wahnsinn. Und eben das kommt auch dazu als kleines Detail, was bis jetzt noch nicht bekannt war. Also jetzt erst in den letzten Wochen bekannt wurde durch diese Pick of the Weeks. Ja, gleich machen wir gleich mit den Pick of the Week weiter. Es gibt neue Fahrgäste, es gibt neue Fahrer und FahrerInnen und Wahnsinn, die sind auch so toll aus. Es wurde auch angeteasert, dass sie am Ideenplan hätten, einen Charaktereditor zu machen, dass du nicht nur auswählst, du bist männlich oder weiblich. Und halt da auch noch ein paar, ein bisschen Auswahl hast. Und du hast wirklich Charaktereditor. Mäßig kannst du deinen eigenen Charakter zusammenstellen, das wäre echt cool. Aber es ist eben noch nicht sicher, das wollte ich einfach nur mal zu diesem Thema erwähnen. Es gibt natürlich auch neue Screenshots der Karte, die wirklich mal atemberaubend sind. Die Kathedrale, die Parks, die Stationen, man sieht es auch bei den Sternentafelscreenshots. Die sind einfach grandios, schön, sicher auch speziell gerendert, das wird nicht bei jedem so ausschauen dann. Aber das ist wirklich Top Level und ich freue mich wirklich schon darauf, das zu spielen. Ja, mehr wurde leider nicht am Festival erzählt. Es wurde halt einfach nur mehr eben das, was ich gerade eben gesagt habe, zusammengefasst. Es ist eben von Grund auf neu. Es ist, weil das vielleicht beim letzten Video nicht so rausgekommen ist, es ist wie Bus Simulator 21, kann man sich das vorstellen. Du hast die Map, also es gibt einen Karrieremodus, es gibt natürlich auch den klassischen Trams-Modus, wo du einfach Linien auswählst, Startpunkt und du fährst. Es gibt aber auch den Karrieremodus aus dem Bus Simulator 21, also so ähnlich halt. Du erklärst es bis jetzt, man hat bis jetzt noch nichts davon gesehen. Du kriegst einfach die Map, du musst Linien machen, du kannst Punkte sammeln mit jeder Route und so. Du erweiterst deine Flotte und sowas. Da bin ich sehr gespannt, aber leider hat man dazu noch gar kein Gameplay-Material und auch noch keine Infos. Man weiß nicht, dass das Spiel darauf aufbauen wird. Ja, sonst wurde auch noch gesagt, dass Vorbereitung ist das halbe Leben. Mir fällt es jetzt nicht ein, ich werde es aber in die Kommentare dann noch schreiben, also schaut es rund in die Kommentarsektion, da bin ich den Kommentar an. Da solltet ihr es dann sehen. Ist es überhaupt noch was? Vielleicht war das gerade ein anderes Gedanke. Ja, grundsätzlich war es das jetzt mit der Zusammenfassung. Das war alles, was bis jetzt zu diesem wirklich grandiosen und wirklich tollen Simulator bekannt ist. Mehr kann ich euch leider nicht sagen. Deshalb würde ich auch sagen, war es das mit diesem Video. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal.